Vielleicht gibt es irgendetwas, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast. Und bei mir ist es, und da will ich gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist eben, gibt es irgendein Vorhaben, irgendeinen Wunsch, irgendetwas, was du sagst, das möchtest du dieses Jahr erreichen, erlebt haben, gemacht haben. Und eine Sache bei mir ist es, mir nicht mehr die Haare zu schneiden. Damit habe ich Ende letzten Jahres schon angefangen und ich lasse die jetzt einfach mal so lange wachsen, wie ich das aushalte. Und das ist im Moment nicht so leicht, das sieht, wie ich finde, auch ein bisschen scheiße aus. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ich habe mir 20 Jahre lang die Haare geschnitten, also selbst immer abrasiert, so kurz es geht. Also quasi keine Frisur gehabt. Und jetzt war einfach der Impuls mal da zu sagen, wie sieht es denn eigentlich überhaupt wieder aus, wenn meine Haare lang sind? Wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange ich das aushalte, durchhalte. Ein großes Lob an meine Freundin, die da sagt, ich gefalle ihr, egal wie ich aussehe, das hilft sehr. Ja, ja, was ist es denn bei dir? Ups, da hatte ich einen Vorschlag mal. Was ist denn bei dir? Gibt es irgendwas, was du dieses Jahr gerne machen, erreichen möchtest? Und es kann sein, dass es etwas Mut benötigt. Und diesen Mut, den hast du. Du hörst Marius' Lebensimpulse. Die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Dies ist die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Und in dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Ja, und nach einer kurzen Sommerpause bin ich sozusagen wieder hier. Die erste Sendung in diesem Jahr. Daher erstmal an alle fleißigen Hörer ein frohes neues Jahr. Ja, ich hoffe, du bist gut reingeschlittert, gut rübergewandelt in dieser herausfordernden Zeit. Vielleicht geht es dir so ähnlich wie mir. So langsam gewöhne ich mich irgendwie dran. Am Anfang war das alles noch dramatischer. Und ich habe da allerdings auch einfach das Glück, nicht betroffen zu sein, auch in meinem Umfeld. Keine direkten Betroffenen von der Corona-Situation, betroffen im Sinne von der Krankheit selbst. Indirekt sind wir natürlich alle betroffen. Doch darum soll es heute nicht gehen. Ich glaube, das wird uns noch lange, lange begleiten. Es wird uns weiterhin sehr prägen. Und ich bin neugierig, wie das weitergeht. Doch jetzt geht es erstmal weiter mit Sido und Astronaut. Queen, Bohemian Rhapsody hier auf Radio Rheinwelle 92,5 bei Marius Lebensimpulsen. Ich heiße Marius Schäfer und das Jahr ist immer noch frisch. Wir sind im Januar und da gibt es ja immer diese berühmten guten Vorsätze. Und da will ich nicht drauf eingehen, sondern vielleicht gibt es irgendetwas, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast. Und bei mir ist es, und da will ich gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist eben, gibt es irgendein Vorhaben, irgendeinen Wunsch, irgendetwas, was du sagst, das möchtest du dieses Jahr erreichen, erlebt haben, gemacht haben. Und eine Sache bei mir ist es, mir nicht mehr die Haare zu schneiden. Damit habe ich Ende letzten Jahres schon angefangen. Und ich lasse die jetzt einfach mal so lange wachsen, wie ich das aushalte. Und das ist im Moment nicht so leicht, das sieht, wie ich finde, auch ein bisschen scheiße aus. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ich habe mir 20 Jahre lang die Haare geschnitten, also selbst immer abrasiert, so kurz es geht, also quasi keine Frisur gehabt. Und jetzt war einfach der Impuls mal da zu sagen, wie sieht es denn eigentlich überhaupt wieder aus, wenn meine Haare lang sind. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange ich das aushalte, durchhalte. Ein großes Lob an meine Freundin, die da sagt, ich gefalle ihr, egal wie ich aussehe, das hilft sehr. Ja, was ist es denn bei dir? Ups, da hatte ich einen Vorschlag mal. Was ist denn bei dir? Gibt es irgendwas, was du dieses Jahr gerne machen, erreichen möchtest? Und es kann sein, dass es etwas Mut benötigt und diesen Mut, diesen Mut, den hast du. Ja, da habe ich doch kurz überlegt, ob ich noch ein Lied spiele. Dann musste ich mir erst mal die Kopfhörer aufsetzen. Mutiges Herz, Ode will disturb the sound of silent und, silence, und Radiohead, Creep. Ja, ich habe es eben gesagt, meinen Vorhaben für dieses Jahr. Einfach mal nicht die Haare schneiden, gucken, wie lange ich das aushalte und die Leute um mich herum. Vielleicht hast du ja auch irgendwas, was du dir vornimmst. Und das muss kein guter Vorsatz sein, denn die gehen ja sowieso meistens in die Hose. Und ohne die Bewertung, das ist jetzt gut oder schlecht, einfach mal, worauf hast du Bock? Was wolltest du schon immer mal tun? Und vielleicht lädt dich ja die Pandemie besonders dazu ein, das endlich mal zu tun. Und ich gestehe, dass mit dem Haare wachsen lassen hilft mir da sehr, weil ich ja sozusagen fast nur noch zu Hause bin und nicht so viel unter Leuten, die dann ihre tollen Kommentare abgeben. Wenn du mal teilen möchtest, was dir so schwebt, wenn du überhaupt irgendeine Anmeldung, Anmerkung zu dieser Sendung hast oder einen Musikwunsch, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail. Und die landet hier direkt bei mir auf meinem Smartphone hier im Studio. Und zwar an radio-at-marius-schäfer.de radio-at-marius-schäfer.de oder schick mir eine WhatsApp an die 017 065 64 165. 017 065 64 165. Dann bin ich ja mal gespannt, was da bei dir so ist. Und ich lade dich ein, dir jetzt mal einen Moment Zeit zu nehmen. Denn ich spiele jetzt ein Lied, was ich sehr liebe und das passt wunderbar zu allem, was du so vorhast. Das heißt, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, für einen Moment die Augen zu schließen, dann ist die Einladung, dieses Lied wirken zu lassen und dir dabei vorzustellen, wie du das machst, was du gerne mal machen möchtest. Oder wie du das erlebst, wie du das bist, wie du das hast, was du so gerne hättest, sein würdest, haben möchtest, machen möchtest. Denn das ist unheimlich motivierend und hilft, dieses Gefühl zu manifestieren, was wiederum hilft, das Ganze zu erreichen und zu erleben. Also schnall dich an, setz dich hin, schließ die Augen, entspann dich, Atme noch mal tief ein und hier kommt von Gary Scheiman, Trip the Light. Ja, Trip the Light, ich liebe dieses Lied. Das hat ja über eine Videoplattform etwas mehr Beliebtheit gefunden. Da gab es jemanden, der ist um die Welt gereist und hat sich dann selbst immer gefilmt, wie er einen bestimmten Tanz gemacht hat. Und dann sollten die Leute raten, wo er denn ist. Where the hell is Matt, hieß das Ganze. Und der hatte immer so eine Freude am Tanzen. Das war einfach total schön anzuschauen. Und dann ist er gesponsert worden und hat das Ganze noch mal gemacht und das Ganze organisiert. Und weil er da schon eine ziemlich große Bekanntheit hatte, sind dann immer ganz viele Leute gekommen, haben seinen Tanz mit ihm gemacht. Und ich finde, das ist immer sehr emotional, sehr bewegend. Ich gucke mir das einfach immer wieder gerne an. Ja, Trip the Light. Und deswegen finde ich, ist das auch so schön, wie ich eben sagte, so schön motivierend, da einzusteigen und sich selbst einfach tragen zu lassen und auf einer kleinen Fantasiereise mal das zu erleben. Ja, nun geht es weiter mit Musik und sowas Ähnlichem. Und zwar wieder von Sido, Bilder im Kopf. Auch das, was da noch kommt. Ja, von Lotte und Max Giesinger. Was kommt denn da noch? Wäre ja ein bisschen langweilig, wenn wir immer genau wüssten, was kommt, oder? Also auf das, was da noch kommt, was auch immer das sein mag. Und ich wiederhole nochmal, wenn wir wüssten, was da alles kommt, wäre das Leben furchtbar langweilig. Und das Paradoxe ist aber wiederum, dass Angst immer damit zu tun hat, dass man nicht weiß, was da ist oder was da kommt. Eine verzwickte Situation, in der ich mich zumindest immer wieder finde. Ja, und was hatten wir davon noch? Wenn Worte meine Sprache wären, Tim Betzko. Und davor Sido, Bilder im Kopf. Ja, im Kopf. Irgendwie findet da ja alles statt. Die Gedanken, die Bilder und im Körper die Emotionen. Uiuiui. Das kann manchmal ganz schön viel sein. Und manchmal fühlt sich das aber auch einfach nur so schlimm an. Und oft ist es ja so, dass man dann zurückschaut und irgendwann sagt, Och, und damals, ich erinnere mich, da ging es mir gar nicht gut. So geht es mir zumindest. Wenn ich jetzt zehn Jahre zurückschaue, elf Jahre sind es jetzt, was haben wir 2021? Zehn Jahre genau, als mein, wie soll ich sagen, mein, ich mag das Wort ja gar nicht so sehr, mein spiritueller Weg losging. Zehn Jahre ist es ja, da stand ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf, macht ohne mich weiter, ich bin raus und tschüss. Und habe es aber im Endeffekt doch nicht getan. Ich habe immer wieder ein bisschen davon erzählt und das werde ich später auch ein anderes Mal noch ausführlicher machen. Mir fällt nur eben gerade auf, es ist jetzt zehn Jahre her. Und das meine ich mit, wenn ich jetzt zurückschaue und ich weiß, mir ging es da überhaupt nicht gut. Und ich sage immer, wenn man drinsteckt, dann ist einfach scheiße. Da braucht man sich nichts vormachen, da braucht man von außen auch keine schlauen Sprüche haben, wie nach Regen folgt auch Sonnenschein. Von außen, wenn man selbst nicht drinsteckt, ist es leicht. Und ich glaube, was am meisten hilft oder was auf jeden Fall immer gut unterstützt, was mir auch geholfen hätte, wäre eine ganz, ganz ehrliche Haltung von anderen, eine ganz, ganz ehrliche Stimme, die da sagt, ich traue dir das zu. Und keine schlauen Sprüche, die im Endeffekt nämlich suggerieren, guck mal, das ist so leicht, das kriegst du doch hin. Nee, ich will gar nichts hinkriegen. Ich wollte gar nichts hinkriegen. Ich wollte einfach nur sein und vor allen Dingen so sein dürfen, wie ich bin. Das war ja ganz groß die Sehnsucht nach der Annahme, dass ich so angenommen werde, wie ich bin. Bitte, bitte kritisiere mich nicht weiter. Jede Form von Kritik, und da habe ich alles als Kritik aufgefasst, drückt dann noch mehr runter. Also nochmal möchte ich gerne als Impuls mit auf den Weg geben, wenn du irgendwo jemanden um dich herum hast, denen es nicht gut geht. Vielleicht ein bisschen weniger Ratschläge und mehr Herz, was dann sagt, du bist in Ordnung. Du musst dich nicht verändern. Ich liebe dich so, wie du bist. Und ich traue dir deinen Weg zu. Ich traue dir zu, dass du das schaffst. Du schaffst das auf deine Art und Weise. Trau dich. Das waren Berge. Trau dich. Und danach, Wilhelmina, solange du dich bewegst. Und dann, Bob Dylan, gotta serve somebody. Ja, wem dienst du? Wofür hast du dich entschieden? Für die helle oder für die dunkle Seite der Macht? Können wir das überhaupt entscheiden? Ist das schon entschieden worden? Fragen über Fragen. Lässt sich darauf eine Antwort finden? Ja, wie lässt sich das beweisen? Du hörst Marius Lebensimpulse. Die Sendung für deinen Persönlichkeitskick hier auf Radio Rheinwelle 2 90,5. Ich heiße Marius Schäfer. Und manchmal ist es gut, einfach durchzubrechen, auszubrechen und sich die andere Sicht der Dinge anzuschauen, einfach mal durchbrechen. Wir sehen noch ein bisschen die Fantastischen vier, featuring Chloe so zusammen. Ja, in dieser Zeit etwas schwierig, doch nicht unmöglich und mehr digital als analog. Ja, davor, das war übrigens Philipp Peusel. Also gäbe es keinen Morg mehr. Kann ich auch immer wieder nur empfehlen, einfach mal die Sau rauslassen, tanzen, den Körper bewegen und alles so an Frust und was sich da sonst noch so angesammelt hat, einfach mal abschütteln. Und davor, the doors breaking, break on through to the other side. Break on through. Ja, in den Filmen. Lange ist es her, dass ich den gesehen habe und damals hat er mich sehr fasziniert. Doch ich schwanke, ich komme gerade etwas ab von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, mein Namensvetter, der Marius Müller-Westernhagen. Das war für mich übrigens in meiner Kindheit immer eine kleine Herausforderung, denn der Name, der Vorname Marius war damals noch sehr selten. Inzwischen gibt es sie öfters und ich bekomme immer wieder E-Mails von Namensvettern, die eine falsche E-Mail-Adresse angeben, sodass sie bei mir landet. Auf jeden Fall in meiner Kindheit. Wenn ich meinen Vornamen genannt habe, war die erste Reaktion von den Leuten, weil sie glaubten, das wäre wohl witzig. Was war die Reaktion wohl? Ah, Marius Müller-Westernhagen. Ja, ich habe viel gelacht oder auch nicht. Und trotzdem muss ich sagen, macht er tolle Musik, auch wenn wir quasi verwechselt wurden. Also, er macht tolle Musik und ein Lied, was ich in den letzten Jahren besonders zu schätzen gelernt habe, heißt, lass uns leben. Da finde ich mich doch sehr drin wieder. Die bedingungslose Liebe, ja, wo ist sie denn? Alles auf Hoffnung, Gilles Ovarim. Und davor, das war Maxim Neuss, es beginnt in dir. Ja, die Hoffnung, die stirbt ja bekanntlicherweise zuletzt. Und wenn sie gestorben ist, was bleibt denn dann noch? Die Hoffnung stirbt zuletzt und ich hoffe, sie stirbt gar nicht. Gib die Hoffnung nicht auf, gib dich nicht auf. Das ist mein Leitsatz geworden. Gib dich nicht auf. Also, dass ich mich nicht aufgebe. Und Ausruhen habe ich oft mit Aufgeben verwechselt. Ausruhen ist okay und wichtig. Aber Aufgeben, das sich selbst aufgeben, das sollte besser nicht sein. Das braucht nicht sein. So ist es noch besser formuliert. Gib dich nicht auf. Gib dich hin. Auch schön. Und kommen wir zum nächsten Lied, was ich sehr, sehr gerne höre. Und bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es oft so, wenn ich ein Lied habe, was ich sehr mag, dann höre ich das fast schon in der Dauerschleife. Und das habe ich jetzt auch schon etwas hinter mir bei diesem Lied. Und ich habe es ja auch schon mindestens zweimal gespielt. Übrigens, das ist meine 41. Sendung, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also, ich habe es mindestens schon zwei, dreimal gespielt und freue mich auch, das jetzt noch einmal zu tun. Alexa Faeser mit Wunderfinder. Ein schönes Lebensmotto. Könnte auch ein Beruf werden. Was machen Sie eigentlich so beruflich? Ich bin Wunderfinder. Halleluja. Leonard Cohen. Halleluja. Halleluja. Davor Ramin Javadi. Lannister Always Pays His Debt. Und Ajit Kaur. Was ich bestimmt falsch ausspreche. Ajay Alay. Okay. Und davor, das war Ayo Bogada mit Obiero. Wunderschöne Lieder, wie ich finde, die mein Herz berühren. Und bei Halleluja habe ich mich gerade gefragt. Also, ich kenne da einfach so viele Versionen von. Also, ein Cover nach dem anderen. Da habe ich mich gefragt, welches ist wohl das meistgecoverte Lied, was es überhaupt so gibt. Steht bestimmt im Guinness Buch der Rekorde. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber wie könnten wir das auch rausfinden? Nun ja. Halleluja. Höre ich immer wieder gerne in etlichen Versionen. Und ein Lied, was mich immer wieder berührt. Und ich habe gleich zum Abschluss auch noch ein berührendes Lied. Doch dazu kommen wir gleich. Jetzt schaue ich nochmal auf meine schlaue Liste. Soweit sind wir für heute durch. Also möchte ich gerne nochmal daran erinnern, ob es ein Vorhaben gibt und also ob du für dieses Jahr etwas Besonderes vorhast. Und ich wiederhole mich auch hier. Ich bin kein Freund von guten Vorsätzen. Denn das geht doch sowieso in die Hose. Dann nehme ich mir lieber schlechte Vorsätze, die ich vermeiden möchte. Ich glaube, das funktioniert besser. Also gibt es etwas, was du dir für dieses Jahr vornimmst? Wenn ja, meine Einladung, schreibe das auf einen ganz einfachen Zettel und häng den irgendwo hin, dass du da immer wieder dran erinnert wirst. So simpel ist das. Mehr brauchst du erstmal gar nicht tun. Achso, doch, ich habe, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Mein Buch, endlich enttäuscht. Wenn du eben genau so ein Vorhaben hast, dann guck mal, ob du das in ein Wort packen kannst und mach daraus dein Passwort vom Computer. Das heißt, bei mir wären das sozusagen einfach Haare wachsen. Also da brauche ich jetzt keine Erinnerung. Das geschieht ja von alleine. Aber angenommen, es wäre was Aktiveres, wie Bungee, dann würde ich mein Passwort Bungee benennen und vorne und hinten noch Zahlen und Sonderzeichen dran machen. Und dann ist das mein Passwort. Und da ich täglich am Computer arbeite, werde ich dann täglich dran erinnert. Das heißt, ich habe da andere Wörter, die ich verwende. Das mache ich seit ein paar Jahren. Und das ist etwas, was mir einfach sehr hilft, damit das eben in mein Unterbewusstsein rutscht und mich so begleitet. Kann ich nur wärmstens empfehlen. So, dann habe ich es eben angekündigt. Jetzt zum Abschluss noch ein Lied, was mich emotional berührt hat. Das ist ein emotionales Lied. Das hat eine Lehrerin gemacht, das ist auf Englisch. Die sagt auch erst ein paar Worte. Und zwar spielt sie Ukulele und hat einfach ihre Emotionen mit in dieses Lied gebracht. Also ihre Situation. Sie lehrt online und da sie ja Teacher, würde ich immer sagen, da sie Lehrerin ist, Ukulelelehrerin, hat sie einfach mal ein Lied gemacht. Das erzählt sie auch. Gucken wir doch mal, hören wir doch mal rein, was sie da gedichtet hat. Ja, da trifft sie den Nerv der Zeit. Das konnte ich mir nicht nehmen, das hier zu spielen. Denn sie trifft den Nerv der Zeit, behaupte ich mal, einfach mal einen Schrei loslassen. Der beschreibt, wie es mir manchmal geht und vielen anderen bestimmt auch. So, das ist das Ende dieser Sendung. Das sind Marius' Lebensimpulse. Ich heiße Marius Schäfer. Du hörst Radio Rheinwelle 92,5. Die nächste Sendung gibt es in zwei Wochen. Ich hoffe, du hattest etwas Unterhaltung. Den einen oder anderen Impuls, den du mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest. Und wenn du Lust hast, surf doch mal auf die Webseite von Radio Rheinwelle. Das ist radio-rheinwelle.de. Und ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit, einen guten Start in das neue Jahr und bis bald. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de noch mal auf dieprüfung. Die крутzeестelung ist aufge zadet. Du hey wie. Weitere. Und da hoffe ich. Und da. Du schauf.